Ich werde dir die Hände abschlagen aus dem Weg hol mir deinen Kopf er wird nicht entkommen Ich danke euch, ich danke euch, ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich Ja, verschwinde, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen Halt die Bank Hilfe, ein Mörder, ach nee, ich bin der Mörder Ich habe keinen Mord begangen, ich wollte das nicht Er ist mir in die Klingel gestolpert Da hinten rechts ist noch ein, 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 ein Vögelchen Ähm, die Pest, die ist nämlich wieder hier, füllt euch und so Ach, weißt du wat, die Bürgern helfen, ist ja Ach, nicht so richtig, machen wir erstmal das Attentat Das wollt ihr doch schon lange sehen und außerdem, ich will das lange sehen, vor allen Dingen, ich will da mal Ton haben Na los, noch ein Stück rüber Ja, schlechte Waren sind scheiße Hm, sind die denn noch Fairtrade? Nur wenn die Waren Fairtrade sind, ansonsten kaufe ich da nichts Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen Das wird euch das Leben kosten Warum tut ihr mir das an? Was hab ich euch getan? Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen Bitte, so tut doch etwas Bitte, helft mir Haltet euch fern von mir Das kostet sich den Kopf Kann man nicht irgendwie vergruben? Lasst ihr nicht entkommen Jetzt endet dein Leben Gebt auf, ihr könnt nicht fliehen Ihr werdet mir nicht entkommen Oh, das sind einige Das ist doch vier oder fünf Ja, vier oder fünf Vier oder drei Drei Okay, wieder vier Okay, wieder drei Zwei Eins Über Null Der Herr sei gepriesen Er hat mich gerettet Die Stadt wird von eurer Tat erfahren Ja, dankeschön Ist das? Und Ruhe da unten Ich bin doch kein Meuchler Ich bin ein Assassiner Redet näher Höret, was ich zu berichten habe Von einem Händlerprinz Ohne Gleichen Mancher sagt Ohne Tamir Hätten sich Salah al-Dins Männer Sicher gegen ihren Führer gewendet Vielleicht haben wir diese Schlacht Nur wegen diesem Mann gewonnen Okay Denkt ihr nicht, dass sie mir ein bisschen zu nahe seid? Entschuldigung Wollt ihr etwas? Entschuldigung Ich wollte nicht so auf Körperkontakt Aber ich steh halt drauf Tut mir leid Freundchen Was erzählst du da für ein Mist? Hier scheint einiges über Tamir zu wissen Sagt mir, was er vorhat Ich kenne nur das, was ich erzähle Sonst nichts Wie schade Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen Wenn ihr nichts anzubieten habt Wartet Wartet Es gibt da etwas Er ist neuerdings sehr beschäftigt Er überwacht die Herstellung Vieler, vieler Waffen Und weiter Sie sind für Salah al-Din bestimmt Das hilft mir nicht Das heißt, es hilft euch auch nicht Nein, hört zu Nicht Salah al-Din Sie sind für jemand anderen Für wen? Die Wappen auf diesen Waffen Sie sind anders Unbekannt Tamir unterstützt einen anderen Was? Aber ich weiß nicht, wen Nicht den Osmanischen König? Ja, ja Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß Dann ist es Zeit für euch zu schlafen Ähm Ähm, das wollte ich eigentlich nicht Warum musste ich das machen? Ich wollte das nicht Es tut mir leid Stirb, Dieb Ich habe nichts verbrochen Hey Euch kenne ich doch Pam, pam, pam Pam, pam Na los Dabei, dabei Entschuldigung Das wollte ich nicht Aber da steht Da steht Da ich dumm Wo So Problem gelöst Gut, dass ihr gerade vorbeikommt Ja, kein Problem Noch eine Minute Und sie hätten mich entführt Was hier wohl passiert ist Töte ihn Ah, ich bin ein Mörder Das wollte ich doch gar nicht Der ist mir in die Kläge gelaufen Alle Firmen Ähm, 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 Hilfe Mal da oben Hopp, los, los Schneller, schneller Puh Knappes Ding Und dann sind wir auch gleich beim Assassinenversteck rausgekommen Oder Es ist ja passend Ha Büro des Verbindungsmannes Hm, schick Hallo Alter, ihr Schön, euch zu sehen Und in einem Stück Ich freue mich auch, Freund Was geschah, tut mir leid Denkt nicht daran Einige eurer Brüder waren vor euch hier Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten Ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen Das ist schon gut Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ja, nicht so doll Entschuldigt Manchmal vergesse ich mich Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit Ich soll das beenden Tamir Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Verein zu verstehen? Ja Ja, und das habe ich erfahren Tamir beherrscht den Zug al-Silach Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen Und wird von vielen unterstützt Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern Er ist der größte Kriegsgewinnler Im Land Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Zug al-Silach wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat Er wird also abgelenkt sein Und dann schlage ich zu Euer Plan scheint mir solide Ich erlaube euch zu gehen Äh, was ist das? Eine Feder? Verstehe ich nicht Lasst Al-Mualems Willen geschehen Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid Ich bin bereit Darf ich jetzt gehen? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten Okay Dann geht's jetzt los Aber irgendwas habe ich hier nicht geschafft Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen Weiß aber nicht was Das wird euch das Leben kosten Bitte, helft mir! Tut mir leid, gerade nicht Ich werde dir die Hände abschlagen Was habe ich denn vergessen? Merkwürdig Naja Tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe Ich wüsste jetzt auch nicht, was da noch gefehlt hätte Theoretisch könnte ich es nachholen, wenn... Oh! Wie es in die Comments schreibt Abgestürzt Abgestürzt, abgestürzt, abgestürzt Ich habe viel im Angebot Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will Ähm Ich auch nicht Ne, also, falls ihr es wisst Schreibt es in die Kommentare Oder sagt es mir so Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich vergessen haben könnte Dass, äh, Aussichtspunkte aufdecken Und Bürger helfen Zählte, glaube ich Es fahrs ein Knopf Zum Dingens Ne? Zum, zum blauen Bereich Das haben wir zwar auch nicht gemacht Aber, das... Ist doch ätzend Muss man doch mitmachen Sage ich jetzt einfach mal so Damit ihr mich nicht verprügelt Es tut mir leid Ich wollte das nicht Ich würde hier gerne Hopp Nicht, ne? Ähm Oh Hehe Entschuldigung Komm Na komm Na komm Gottloser Heide Ah, verdammt Ja Ja Ah 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 Wir hatten ja das geschaffen Dass er mich da hat Ich hab uns die Lehre laufen lassen Oh Oh Da kommt die heute Da Hm Das wurde hier, glaube ich, auch mit den Kindern gesagt, oder? Dass man, dass die hier oben reingekommen sind Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, ich hab kein Geld Ich brauche Nahrung Ich habe solchen Hunger Ein bisschen Geld, bitte Nein, ihr versteht es nicht Ich habe... Es ist der da unten in rot Meine Familie ist groß und dick im Sterben Bitte, geht Wenn ihr kurz schauen würdet Ich belehe euch an Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen Die Zahlen ändern nichts Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt Darum habe ich meine Kunden enttäuscht Wir brauchen mehr Zeit Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes Was seid ihr? Weder noch Das sehe ich anders Nun sagt mir Was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Warum komme ich da jetzt nicht an? Diese Waffen werden umgehend benötigt Ich sehe keine Lösung Die Männer arbeiten Tag und Nacht Aber euer Kunde verlangt so viel Und das Ziel Eine so beschwerliche Route Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte Also ich finde die Ausflüchte sehr richtig Das ist nicht genug Dann verlangt ihr vielleicht zu viel Zu viel? Ich gab euch alles Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören Und alles was ich verlangte war, dass ihr meine Befehle erfüllt Und ihr sagt, ich verlange zu viel Die andere Einstellung zu klicken Weil immer wenn das Bild rutscht, kann man ja ändern Boah, jetzt hat er ihn angeschrieben Das ist aber auch meine Schlange